In meinem Video zur Wahl sicherer Passwörter hast du gesehen, welche Möglichkeiten es gibt, um sich nicht nur ein sicheres Passwort zu generieren, sondern auch merken zu können. Ich habe dort die Passwortkarte vorgestellt. Das Problem ist allerdings, dass man diese Karte immer bei sich führen muss, wenn man sein Passwort daraus rekonstruieren will und dass die Karte bei mehr als drei Passwörtern ziemlich unpraktikabel wird. Sicherheit und Usability liefern sich einen ständigen Machtkampf, an dessen Ende ein Kompromiss gefunden werden muss, was in welchem Bereich mehr wiegt. Ein Passwort zum Schutz seines Bankkontos sollte beispielsweise höher gewichtet werden, als das für ein Online-Spiel ohne In-Gang-Käufe. Wobei die Frage ist, ob es überhaupt sowas in der heutigen Zeit noch gibt, weil irgendwie ist ja alles mit In-Gang-Käufen verbunden. Aber egal, du weißt, worauf ich hinaus will. Das Problem bei dem klassischen PIN, PIN steht für Personal Identification Number, ist, dass es in der Regel nur 10.000 verschiedene von ihnen gibt. Das liegt daran, dass die meisten PINs aus vier Ziffern bestehen und es gibt im Dezimalsystem nur 10 Ziffern, nämlich die von 0 bis 9. Demnach sind es insgesamt 10 mal 10 mal 10 mal 10, also 10 hoch 4, insgesamt also 10.000 verschiedene Möglichkeiten. Klar, ein Angreifer, der blind versucht, einen PIN zu erraten, wird zu 99,99% keinen Erfolg haben. Es gibt ja schließlich nur drei Versuche. Wenn er allerdings beispielsweise durch Shouldersurfing, Link zu einem entsprechenden Video habe ich dir unten in die Beschreibung gepackt, sieht, wie deine erste und deine letzte Ziffer lauten, dann gibt es nur noch 100 Möglichkeiten. Dementsprechend könnte man sich überlegen, den PIN auf x Stellen auszuweiten. Dann hat man aber wiederum das Problem, dass man sich eine viel zu lange Zahl merken muss und Menschen sind für gewöhnlich schlechteren. Von seiner Bank bekommt man in den meisten Fällen ohnehin den PIN vorgegeben. Bei einigen kann man ihn aber mittlerweile auch ändern und mit mehr Nachkommastellen versehen. Bei Passwörtern hat man pro Stelle oftmals mehr als 80 Zeichen zur Verfügung, was wiederum die Anzahl an möglichen Passwörtern und somit den gesamten Schlüsselraum erhöht. Doch hier hat man wiederum das Problem der Vorhersagbarkeit und die Merkproblematik. Viele Benutzer wählen einfache Passwörter, weil sie leicht zu merken und leicht einzugeben sind. Dass das einen negativen Einfluss auf die Sicherheit hat, muss ich an dieser Stelle wohl nicht nochmal erwähnen. Je bedeutsamer eine Information ist, desto stärker wird sie von Menschen gewichtet und desto besser im Gedächtnis gespeichert. Diese Tatsache kann man beim Design von neuen Authentifizierungsverfahren nutzen, um die Merkbarkeit des Schlüssels und die Akzeptanz des Verfahrens zu steigern. Basierend auf dieser Idee wurde die Verwendung von Emojis statt Zeichenketten für das Passwortverfahren vorgeschlagen. Emojis sind kleine Icons, mit denen in SMS, E-Mails oder Chats Begriffe oder Textpassagen verkürzt und Emotionen ausgedrückt werden können. Ich weiß, damit sage ich dir vermutlich nichts Neues. Im Gegensatz zu den aus ASCII-Zeichen aufgebauten Emoticons handelt es sich bei Emojis um bildhafte Darstellungen, wie du an dieser Tabelle hier sehen kannst. Heutzutage sind Emojis Teil des Unicode-Standards und auf speziellen Tastaturen aller größeren mobilen Plattformen zu finden. Auf dieser Basis kann man ein neues Authentifizierungsverfahren entwerfen, das auf Emojis basiert. Der Emoji-Pin. Ich weiß, der Name ist etwas unglücklich gewesen, da man das als persönliche Emoji-Identifikationsnummer übersetzen müsste, was, wie du noch sehen wirst, ein wenig am Verfahren vorbeigeht, denn du gibst eine Kette von Emojis ein. Es kommen also keine Zahlen vor. Der Emoji-Pin ist also, wie die Mustersperre, ein erinnerungsbasiertes grafisches Authentifizierungsverfahren, bei dem eine endlich lange Kette von Emojis als Schlüssel zum Nachweis der behaupteten Identität verwendet wird. Anwender können erinnerungsunterstützende Geschichten erfinden bzw. Mnemonic-Techniken anwenden, um sich ihre erstellten Emoji-Pins leichter merken zu können. Das funktioniert so ähnlich wie das Passwort, nur dass man sich durch die visuelle Komponente die Schlüssel besser merken kann. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Eine Katze wird von einem Auto überfahren und muss ins Krankenhaus. Dort operiert sie einen Tierarzt. Oder an einem heißen Sommertag fahre ich mit dem Fahrrad und trinke danach ein Wasser und einen Bubble-Tea. Je nach Implementierung dieses Verfahrens ergeben sich unterschiedlich große Schlüsselräume. Wenn du beispielsweise aus 20 Emojis 4 heraussuchen sollst, dann sind das schon 20 hoch 4, also 160.000 mögliche Emoji-Pins. Das sind 16 mal so viele wie beim klassischen Pin mit 4 Ziffern. Wenn du hingegen aus 10 Emojis 5 heraussuchen sollst, dann sind das 10 hoch 5, also 100.000 Möglichkeiten, was immer noch 10 mal so gut ist wie der herkömmliche Pin mit 4 Ziffern. Allgemein gibt es n hoch k verschiedene Emoji-Pins, wobei n die Anzahl der Emojis und k die Länge des Emoji-Pins ist. Du kannst durch Einsätzen von verschiedenen Werten für n und k einmal ein bisschen herum experimentieren und dir so deine Gedanken über die Sicherheit dieses Verfahrens rein auf Basis des Schlüsselraums machen. Die Mächtigkeit des Schlüsselraums ist aber natürlich nicht der einzige Faktor, der einen Einfluss auf die Sicherheit hat. Die Visualisierungsmöglichkeiten durch Geschichten steigern zwar die Usability dieses Verfahrens, doch dadurch sinkt wiederum die Sicherheit, da man abhängig von der Person gegebenenfalls sehr leicht auf das Passwort schließen und oder die Emoji-Menge, aus der die Person tatsächlich auswählt, einschränken kann. Dazu sage ich aber in einem anderen Video zum Social Engineering noch ein bisschen mehr. Kommen wir nun zu den Vor- und Nachteilen dieses Verfahrens. Die Vorteile dieses Verfahrens liegen auf der Hand. Man kann sich die Emoji-Pins weitaus besser merken als Passwörter oder Pins, weil man zusätzlich die visuelle Komponente hat. Allerdings sollte man darauf achten, möglichst stark voneinander unterscheidbare Emojis zu verwenden. Das Verfahren ist theoretisch sicher, da man je nach Design aus mehr als 10 Emojis auswählen kann. Je mehr Emojis zur Verfügung stehen, desto sicherer ist das Verfahren. Zudem kann man je nach genutzten Dienst ein unterschiedliches Set an Emojis bereitstellen. Bei Amazon wäre es zum Beispiel möglich, Pakete, Postboten oder Geldscheine einzusetzen. Bei YouTube könnte man Videokassetten, eine Videokamera oder einen Bildschirm verwenden. Trotz dieser Vorteile gibt es einige Nachteile beim Emoji-Pin. Die Emojis werden auf verschiedenen Geräten unterschiedlich dargestellt. Das hat zur Folge, dass der Vorteil, den man durch die Visualisierung der einzelnen Bestandteile des Emoji-Pins eigentlich hat, gegebenenfalls verloren geht. Im Vergleich zu einem Passwort besitzt der Emoji-Pin einen viel kleineren Schlüsselraum, da man nur ca. 20 Emojis sinnvoll auf dem Bildschirm unterbringen kann, ohne dass die Usability dieses Verfahrens darunter leidet. Es ist richtig, dass der Schlüsselraum und somit die theoretische Sicherheit dieses Verfahrens steigt, wenn man mehr Emojis verwendet. Diese müssen aber auch auf dem Display zu finden sein bzw. schnell ausgewählt werden können. Um sicherer als das Passwort zu sein, würden mehr als 90 Emojis benötigt werden. Viel Spaß bei der Suche auf einem kleinen Display. Die Vorhersagbarkeit bei den Emoji-Pins ist natürlich noch stärker gegeben als bei den Passwörtern, da man aus unterschiedlichsten Quellen die Emoji-Präferenz einer Person erahnen kann. Sei es im persönlichen Chat oder durch Open-Source-Intelligence-Recherchen in sozialen Netzwerken. Insbesondere dann, wenn man seine Emoji-Pins passend zu einem Dienst wählt, den man gerade nutzt, sind die Schlüssel sehr leicht zu erraten. Schreib mir gerne unten in die Kommentare, was du von diesem Verfahren hältst und aus welchen 20 Emojis du gerne deinen Pin auswählen würdest. Du kannst auch gerne mal einen 4- oder 6-stelligen Emoji-Pin unten reinfügen und sagen, für was du den verwenden würdest. Aber natürlich nur, wenn du das möchtest. Ich versuche jetzt hier nicht irgendwie durch Social Engineering ein potenzieller Passwörter von euch zu kommen, wenn ihr irgendwann mal dieses Verfahren nutzt, wenn es das dann mal gibt. Also keine Sorge, das ist rein für mich aus Interesse. Vielen Dank fürs Zusehen. Solltest du weitere Fragen haben, kannst du sie auch gerne unten in den Kommentaren posten. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020